Ich zeige euch drei knackige Gameplay-Details aus Spielen von Rockstar Games. Folge 69. Dass man menschlichen NPCs aus Red Redemption 2 Gliedmaßen abschießen kann, das wisst ihr. Wisst ihr aber auch, dass man Pferden die Hufe abschießen kann, was extrem grausam und brutal ist, aber auf jeden Fall effektiv, um Angreifer abzuwehren. Und wenn ihr euch bei GTA San Andreas mal ein bisschen die NPCs genauer beobachtet, ein bisschen durch die Hutsch dreift, dann seht ihr, dass dort viele NPCs Drogen kaufen. Mal mehr oder weniger sneaky. Und es ist sehr obvious, aber bei GTA 5 hat Rockstar Games eine langsamere Laufanimation eingebaut, wenn man ein bisschen bergauf läuft. Cooles Detail und einfach nur logisch.